Der Iran hat einen Test mit einem russischen Raketenabwehrsystem durchgeführt. Das berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Der Test mit dem russischen S-300-System während einer Militärübung sei erfolgreich gewesen. Dem Bericht zufolge hat das Waffensystem eine Reichweite von 200 Kilometern. Russland habe das System im vergangenen Jahr geliefert, berichtete Irna. Gegen den Kauf des Systems soll es beim Abschluss des Kaufvertrages vor zehn Jahren heftigen Widerstand in den USA und Israel gegeben haben. Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind seit Jahrzehnten angespannt. US-Präsident Donald Trump gehört zu den schärfsten Kritikern des unter seinem Vorgänger Barack Obama geschlossenen Atomabkommens mit dem Iran.